Liebe Angela Kledtke, ich komme mit drei Stichworten. Angela Kledtke, Party Service und Catering. Jetzt sind Sie dran. Ja, Party Service und Catering betreibe ich für 20 bis 100 Personen. Und man kann mich auch buchen für eine Frontcooking-Veranstaltung. Eine was? Für Veranstaltungen. Frontcooking? Ja, in denen ich vor den Gästen koche, Speisen zubereite, den Abend kulinarisch begleite. Und das im privaten oder auch im geschäftlichen Rahmen. Und wie erreichen wir Sie? In Wensen wohne ich und in Wensen arbeite ich. Und meine Handynummer können Sie sicherlich gleich in den netten Ausführungen vom Herrn von Usler sehen. Gut. Oder unter www.angelakledtke.de Jawohl.